Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Capital Bra.com.com. Es ist Release Friday. Ich labere gar nicht mehr lange. Wir schauen einfach direkt rein, was der Berater rausgehauen hat. Let's go Freunde. Der Beat verspricht eigentlich einen aggressiven Kapi, was ich natürlich sehr feiern würde, weil das absolut ein Style ist, den ich von ihm absolut mehr mag als den Lelele Kapital, wenn ihr versteht, was ich meine. Alter, der Beat ist richtig geil. Sehr vielversprechender Beat auf jeden Fall. Ich scheiß drauf, was die Lehrer sagen. Der einzigste Lehrer war mein Lehrermagen. Geile Zeile. Nice. Aggressiver Kapital, Mann. Das ist es, was ich an ihm feier so. Den, also die Style, alter, die Style. Meine Güte, egal. Ich feier es für einen Kapi einfach aggressiv Rap. Das ist einfach das, wo ich ihn feiern gelernt habe, sage ich mal. Ist mega geil. Der einzigste Lehrer war mein Lehrermagen. Brotter nicht rum aus dem Backenbau. Nase, tau, platten, grau. Die Waage wie klar genau. Hol die Knarre raus. Jaller, mach die Kasse auf. Gib die Scheine her und die Scheine wie Forrest Gump. Renn, Brotter. Sie wollen mich ficken, aber komm nicht ran. Renn wie Forrest Gump. Wollen mich ficken, aber komm nicht ran. Geil, Mann. Ich feiere die Betonung auch hier. Sehr geil. Ich habe so sehr gehofft, dass ein geiler Beat, ein aggressiver, schöner Beat kommt, der einfach reingeballert. Frech so wie Donald Trump. Frech so wie Donald Trump. Du wirst weg, nie an der Go, Go. Baller, alle weg, rapa, bap, bap. Der Brotter, nisse Topf, und jetzt voll, voll, gump, brau, na, go, go. Du wirst weg, nie an der Go, Go. Baller, alle weg, rapa, bap, bap. Der Brotter, nisse Topf, und jetzt voll, voll, gump, brau, na, go, go. Nice. Ah, sehr schön. Geile Hook. Mega fetter Beat einfach. Schön aggressiv. Richtig geil. Feier ich einfach. Ich brauche keinen Taschenrechner, haue den Klassensprecher mit dem Aschenbecher. Nice. Ohne Witz. Glaubt mir mal, also die Songs von Kappi, wo er musikalischer ist, sag ich mal ein bisschen Mainstreamiger unterwegs, ist so, ich finde die auch cool. Ich höre die gerne, also jetzt nicht jeden, aber viele höre ich auch gerne auch und kann mir das auch gut geben. Ich bin ja offen für viele Arten von Musik und für viele verschiedene Stile auch und finde das gar nicht alles schlecht, was new schoolig ist, ja. Nicht aus Prinzip. Aber der Kapital, wie er hier ist, so richtig schön nach vorne, einfach auf aggressiven Beats, ist für mich einfach der Kapital non plus ultra. Also das ist halt das für mich, was meiner Meinung nach zu ihm am besten passt und was er hier auch in voller Stärke zeigt einfach. Er klingt so geil auf mega fetten, brutalen Beats einfach. Bra-Musik und nicht Bravo-Hits. Bra-Musik und nicht Bravo-Hits. Boah, die Hook ist auch geil. Ohne Witz. Geiler Track, man. Der ist sowas von... Sofort in der Trainings-Playlist und sofort wird der im Auto vollgepumpt, Alter. Den Song im Auto knallen muss mega heftig abgehen, ohne Witz. Also ein Brett auf jeden Fall, richtiges Brett. Feier ich wirklich. So will ich Kapi sehen. Geil. Also auch mal Props einfach an alle, die an der Produktion beteiligt sind, so gut gemacht. Auch die ganzen Adlibs, mega geil. Die Scratches hier, generell die Mische ist geil. Der Beat ist ein absolutes Überbrett, also auch da Props auf jeden Fall. Geiles Gesamtprodukt, mega geil geworden. Auch Video ist sehr, sehr geil. Mega Qualität. Nicht viele verschiedene Locations, beziehungsweise halt nur die eine Location, aber hier mit verschiedenen Lichtern ausgeleuchtet und so weiter. Sehr geil in Szene gesetzt. Alles Hammer-Produkt. Gesamtprodukt, einfach top. Kann man nix gegen sagen. Mega gut. Unnormal. Ich schwör's dir, der Beat ist ein absolutes Überbrett. Du weißt Bescheid, Bratan. Ja, bin mal mega gespannt hier drauf. CB7. Also, Leute. Ganz wichtig. Lasst Supporter beim Song. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Like da lassen, Song streamen und so weiter und so fort. Supportet immer die Künstler. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ja, das wär's auch eigentlich von meiner Seite. Lasst hier gerne noch ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, entspannten Tag. Bis dahin. Macht es gut, haut da rein. Bleibt vor allem gesund. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.